Corona-Aufklärung in Indien. Was in der Stadt Siliguri wie eine humorvolle Kampagne daherkommt, hat einen ernsten Hintergrund. Das Land meldet zum Wochenbeginn erneut Höchstwerte bei den Infektionen und Todesfällen. 2812 Menschen starben binnen eines Tages mit oder an den Folgen einer Coronavirus-Erkrankung. Mehr als 350.000 Infizierten sich. Nachdem Deutschland Indien am Wochenende sofortige Hilfe versprach, kündigt auch EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen Unterstützung aus der Europäischen Union an. Dabei geht es unter anderem um Anlagen zur Aufbereitung von Sauerstoff und der Bereitstellung von Medikamenten und medizinischem Sauerstoff. Das ohnehin schlecht ausgestattete Gesundheitssystem Indiens steht vor dem Kollaps. Zahlreiche Krankenhäuser melden einen Mangel an Sauerstoff und Medizin. Mitverantwortlich für die dramatische Lage ist vermutlich eine neue Virus-Mutante. Deutschland hat deshalb wie andere Länder einen weitgehenden Einreisestopp für Indien verhängt.